Kampf im Fliegengewicht der Klasse bis 52 Kilogramm. In der roten Ecke für den CSF Frankfurt André Stolker und in der blauen Ecke für den Märkischen Boxringham Olgur Mamadoff. Ring frei, Runde 1. Untertitelung des ZDF, 2020 Ring frei, Runde 1. Ring frei, Runde 1. Ring frei, Runde 1. Ring frei, Runde 1. Schau, schau, schau. Schau, schau. Schau. Schau, schau, schau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Roten Ecke vom CSC Frankfurt, André Stolker. Ring frei, Runde zwei. 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 Ring frei, Runde zwei.